Warte, als Menschen gestorben? Was meinst du damit? Mir ist bewusst, dass Origami und Kotori Menschen waren, aber Yoshino, Kaguya, Yuzuru und Natsumi sind alle wie ich reine Geister, oder nicht? Nein, da ehrst du dich. Abgesehen von dieser Frau waren alle anderen Menschen. Der Grund, warum sie Geister wurden, ist der, weil jede ein Sephirer bekommen hat. Alle, die du genannt hast, haben einfach ihr Dasein, als sie mal Menschen waren, vergessen. Was? Was sagst du da? Alle diese Geister waren mal Menschen? Ja, stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Nia sagte auch mal sowas. Ja, aber warte mal. Wenn, wenn das wirklich die Wahrheit ist, dann sag mir, warum ich noch am Leben bin. Wenn ich doch auch ein Mensch war, dann hätte ich wie alle anderen sterben müssen, als sie mein Sephirer gestohlen hat. Aber ich lebe noch. Also bitte sag mir, warum. Gut, ich sage dir warum. Weil du, Toka. Was ich dir gerade gesagt habe, ist das, was ich verstanden habe. Ich dachte, das würde dich verwirren. Aber du nimmst es einfacher auf, als ich gedacht habe. Ja. Nein, ich bin sehr verwirrt. Doch wenn das wahr ist, was du gerade erzählt hast, dann bin ich dafür sehr dankbar. Weil ich noch hier bin und am Leben bin. Ich lebe noch. Und das heißt, ich kann auch kämpfen. Ich sage dir, das ist, was ich herzlich willkommen. Was ich ehrlich gesagt habe, das ist das, was ich bin. Dann gab es nur noch kein Fall.